Musik Meine tägliche Herausforderung ist im Prinzip die Sicherstellung der operativen Lieferfähigkeit des Zentralallers. Wir haben uns für die Firma STILL entschieden, weil STILL nicht nur ein exzellenter Lieferant von elektrischen Flurförderfahrzeugen ist, sondern auch ein kompetenter Ansprechpartner bei Systemlösungen der Intralogistik und darüber hinaus auch ein aktiver Partner, wenn es um Grundsatzentwicklung geht. Musik Meine größte Herausforderung in meinem täglichen Job ist es, eine hohe Verfügbarkeit der Flotte zu gewährleisten und die Fahrzeuge immer effizient einzusetzen. Musik Wir haben die Firma STILL als zuverlässigen Partner kennengelernt, die uns mit ihren Innovationen immer einen gewissen Vorteil verschaffen. Musik Aktuell haben wir die gemeinschaftliche Weiterentwicklung des Fleet Managers abgeschlossen und haben dabei die Zusatzfunktionalität des Opti-Trucks implementiert. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Durch den Einsatz von OptiTrack wird unsere Fahrzeugflotte optimal ausgelastet und eingesetzt.